Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FLAV Legacy und heute ist Sternzeichen Event und das heißt wir aktivieren Sternzeichen obviously und das heißt aber auch wir machen die ganzen anderen Sachen wie Item fusionieren, Begleiter, Rollerwin und so weiter und so fort. Und es gibt eine Neuerung und zwar habe ich mir ein Kostüm gekauft, keine Sorge ich habe nicht reingekasht, ich bin clean, aber ich habe 1000 Erdekarten verkauft, weil ich benutze ja momentan nur Armbrust, den Bogen upgrade ich zwar, also ich will auch einen T8 Bogen, später meinen gesegneten T8 Bogen haben und Köcher, einfach nur damit man es hat, ja keine Ahnung, weil irgendwann spiele ich vielleicht doch mal PvP oder so, keine Ahnung, vielleicht will man ja auch mal wechseln, ich weiß es nicht, kann nicht schaden und ich meine im Endeffekt kostet es ja nichts, es kostet im Endeffekt nur einen Lagerplatz, ich meine das bisschen magisches Pulver, was man da verbraucht, ist ja nicht so schlimm und genau ansonsten ist ja quasi for free und da ich ihn ja momentan noch nicht trage und auch nicht upgrade, dachte ich mir, okay die 1000 Erdekarten nehmen Platz weg und habe ich sie verkauft und jetzt hatte ich ziemlich viele Diamanten, also ungebundene und jetzt habe ich mir ein Kostüm davon gekauft und welches Kostüm habe ich mir gekauft? Das ist das ostasiatische Kostüm, muss man hier kurz reingehen, Kostüm Ostasien für den Akrobaten und warum habe ich mir ausgerechnet dieses Kostüm gekauft? Es gibt eine Kostümsammlung und eine Kostümliste, ich weiß nicht warum mir nicht alle Kostüme angezeigt werden, es gibt eigentlich viel mehr als die hier, also es gibt anscheinend mehr als die, keine Ahnung, aber ja, jedenfalls von den Kostümen, die ich mir anschauen konnte, gibt es eben 5% hier ATK, dann hier gibt es Schadensreduzierung, Schadensreflexion, physische Abwehr, ist eher so defensiv, finde ich persönlich nicht so gut, also weil ich halt nur offensiv gehe, das hier ist auch nicht wirklich gut, Piratenkostüm, das rosa Kostüm, das ist ziemlich heftig, weil es hat 8000, also es hat ziemlich kranke Werte, also wirklich extrem kranke Werte, allerdings gibt es nur 2% physische ATK und das ist halt für mich einfach der wichtigste und ausschlaggebendste Wert und die einzigen beiden Sets, die eben 5% physische ATK sind das Geheimagentenset und eben das Ostasienkostümset und das Ostasienkostümset ist einfach besser, es gibt mehr LP, mehr Genauigkeit, mehr Ausweichen und so weiter und so fort, beide geben 5% physische ATK und entsprechend habe ich mich dafür entschieden, habe mir das gekauft und ja, ich meine das hier wäre halt nochmal krass für die Defensive, aber er hätte halt 3% weniger physische ATK, das ist jetzt natürlich nicht die Welt, aber naja, wenn man den maximalen meisten Schaden raushauen will, dann, naja, dachte ich mir, gehe ich dafür, aber auf jeden Fall ganz nice, das Kostümfeature habe ich bisher komplett ausgeblendet, man kann das auch upgraden, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher man dieses Item bekommt, das man dafür braucht, wahrscheinlich indem man Kostüme zerlegt, und man kann dann noch irgendwie hier seine Kostüme, also es gibt hier so eine Sammlungsliste mit allen Kostümen, die man sammeln kann und dann kann man noch irgendwie, dann kann man hier noch irgendwie seine Kostüme genau hier shuffeln und dann aktivieren und dann besser machen und ich habe keine Ahnung, so weird, also das komplette Menü habe ich jetzt seit einem halben Jahr, ist es da, ich weiß, dass es da ist, aber ich habe es einfach ausgeblendet und ja, aber es ist tatsächlich ganz nice, also ihr müsst echt mal gucken, also man kann sich actually ganz schön nice Sachen auch im Aktion so aus kaufen, für Leute, die jetzt halt zu viel haben oder die es doppelt haben oder nicht brauchen, ja, also gut, diese ältesten Wächter-Obs für 10.000, für 10.000 Diamanten will ich mir jetzt nicht kaufen, aber es gibt actually nice Sachen und die sind auch gar nicht so ultra teuer, also ich meine, manche Leute übertreiben natürlich beim Preis, das verstehe ich aber auch nicht, warum man so etwas macht, also zum Beispiel das mit den ältesten Wächtern-Orb, ganz ehrlich, erstens ist es nicht lustig und zweitens wird es tatsächlich eh keiner kaufen, sowas ist einfach nur Trash, aber tatsächlich bei den Kostümen, Begleitern und so weiter und so fort, gibt es actually ganz coole Sachen, die auch gar nicht so teuer sind, teilweise sogar für Penia, nicht mal alles nur für Diamanten, also es ist sogar ziemlich heftig, wobei die Sachen, die für Penia drin sind, die kosten am meisten schon 30 Millionen ungebundenes Penia aufwärts, das ist schon nicht wenig, aber ja, genau, lange Rede, kurzer Sinn, Neues Kostüm ist am Start, hat mir auch ungefähr 30.000 Kampfgreife gegeben, eben wegen dem 5% physischer ATK-Buff, also hat sich auch direkt sehr positiv ausgewirkt. Genau, dann können wir vier Armbrüste fusionieren, Köcher können wir gar nicht fusionieren, Helme können wir, ah, ich habe noch zwei Coupons, wartet mal, ein T5 und ein T4, genau, Wunderhelm und Hyperstiefel, okay, T4 Helm können wir dann sogar machen, oder? Ne, doch, und T5 auch, ne, schwarz und T5 nicht, T6 wäre es, genau, dann Rüstungen können wir auch machen, jetzt wird wahrscheinlich mein Inventar voll sein, just a second, Schuhe, geht nichts, oh no, mind, I'm blind, genau, dann müssen wir das auf jeden Fall alles haben, dann haben wir eine T4 Kette, da geht nichts, aber T1 und T2 Ketten gehen, und dem Moll geht auch nichts, und Ringe haben wir gar keinen, genau, da fehlt uns noch ein T4er, da fehlt uns noch ein T4er, dann haben wir einen zweiten T7er, damn, kein Drop-Luck gehabt leider, so, dann machen wir das, 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 damn, so viele Upgrades und nichts passiert, nichts ändert sich, das ist echt traurig, na gut, aber wir sind wirklich kurz davor, also, das nächste Video wird wahrscheinlich sein, erstes T8er-Item oder so, oder eins der nächsten Videos, genau, gut, ähm, oder noch ein T7er-Item, ein weiteres, für die T7er-Sammlung, und, äh, genau, dann machen wir noch Begleiter-Gacha-Lager leer, aber trifft sich gut, dass da ein Rassel-Bock ist, ich wollte nämlich mal gucken, welche Seltenheitswerte der gibt, weil ich glaube, er hat nämlich keine, weil hier steht aber seltenheitswerte was dabei, und bei dem steht es nicht dabei, das heißt, er hat auch keine, ne, hat er auch keine, damn, damn, ist das Trash, Rassel-Trash, Rassel-Bock, more like Rassel-Trash, und nicht like Rassel-Crow. Ähm, puh, wir können es uns ganz knapp leisten, wir haben 267 mehr, als es kostet, und jetzt müsste ich wieder einen ziemlich großen, einen ziemlich großen, spiel, naja, ich sag 8000 bis 12000. Oh, schade, 14, also, was heißt, schade, ist natürlich besser, aber ein bisschen zu wenig geschätzt. Alright, nice. Das ist sehr gut, und, genau, da müssten wir eigentlich alles wieder haben. Ja, es läuft wieder ein neues Event, by the way, wer nicht weiß, wohin das findet, aber das ist das Falsche. Also, miau, null, ich alter Cacher. Äh, bei Fundgrube findet ihr immer das Event, aktuell läuft das Wein-Tienst-Tags-Event äh, zwei Wochen lang, und du kriegst einfach für den Abschluss von Dungeons, ähm, fünfmal süße Schokolade, und die kann man eben gegen verschiedene Items eintauschen. 180 Stück gegen 10 normale Urikalkum, ein nächstes Angebot auf jeden Fall. Ja, aber auf jeden Fall kann man's eintauschen. Und, genau, das, äh, das wär's noch. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Sternzeichen. Dadurch, dass ich jetzt Level 500 bin, haben wir die letzten beiden Sternzeichen freigeschaltet, das sind Wassermann und Fische, Fische? Das fällt mir erst auf, bei Zwillinge ist ja auch Zwillinge. Warum ist das in Mehrzahl und alles andere in Einzahl? Äh, es steht auch nicht Skorpione da, oder Krebse, oder Witter, Witters, oder Stiere. Warum sind nur Zwillinge und Fische als März? Ja, gut. Naja, ich mein, die Leute können kein Deutsch, was erwartet man da? Naja, und ich hab 11.000 Seen gebunden Diamanten extra wieder ein bisschen gespart. Das heißt, ähm, wir können's uns auf jeden Fall leisten. Hier nicht wundern, ich hab schon ein bisschen was gemacht, weil ich das für, ähm, für den, für den Flive-Pass gebraucht hab. Da muss ich Sternzeichen aktivieren, deswegen hab ich ein bisschen was ohne euch gemacht, leider. Aber jo. Ähm, genau, das heißt, wir können uns den Grad 4 theoretisch leisten, aber es lohnt sich halt eigentlich nirgendwo. Oh, hier haben wir ihn schon, never mind. Ja, das lohnt sich schon. Machen wir zumindest mal eins auf jeden Fall, weil Jungfrau ist eigentlich ziemlich gut. Ja, gibt 11.000 Kampfkraft, das ist heftig. Ja, das kostet halt natürlich auch so viel Sternstaub. Ich hoffe auch, dass mein Penja reicht, weil ich hab noch 500 Millionen gerade. Das ist not so gut. Ja, klicken wir mal schnell durch, ob ich irgendwo noch ein Grad freischalten kann. Relativ einfach, weil dafür braucht man, wie gesagt, segengebundene Diamanten. Das dürfte eigentlich nirgendwo der Fall sein, weil wir haben ja dann am Ende gesagt... Naja, wir haben ja dann... Achso, Moment mal. Moment mal. Wann schaltet man den nächsten Grad frei, wenn man das hier vollständig hat, oder? Oh, ich hatte ja gerade einen Denkfehler, der meinte, das könnten wir schon überall machen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt... Machen wir mal schnell hier fertig. Wassermann ist allerdings nicht so gut, der gibt sehr viel Ding. Genau, du musst nur die erste Ebene ja abschließen, ne? True, du musst ja nur die erste Ebene abschließen. Ja gut, dann könnten wir es schon so machen. Ich meine, macht jetzt nicht wirklich viel Sinn, aber damit ich einfach die segengebundenen Diamanten nicht mehr reservieren muss, sondern dass ich die wieder ausgeben kann. Dann machen wir ja auch schon mal auf jeden Fall die erste Ebene fertig. Zack. Dann haben wir ja auch die erste Ebene fertig. Dann hier sowieso und bei Schütze auch. Dann bei Skorpionen. Dann mal die... Komm, Grad 4. Gib ihm. Okay, gib ihm nicht. Oh mein Gott. Komm on, bitte, 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 bitte. Wow. 5.000? Was, ich hab nicht... Was? Oh, Moment. Ja, Moment. 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 Hab ich gerade gerade... Ah, ja. Oder? Ich hatte gerade 11.000 Diamanten. Ach so, ne, weil die anderen kosten ja 500. Ich dachte, die kosten 100. Oh. Was, das hat echt 500 gekostet? Oh mein Gott. What? Warum kostet das 500? Das ist ja crazy auf Grad 2. Das ist Grad 2. Das ist doch Trash. Wow. Hm. Okay. Ich dachte mir gerade, ich hab doch gerade nie im Leben 2 mal 5.000 ausgegeben. Das wüsste ich doch noch. Aber geht ja gar nicht. 2 mal 5.000 ausgegeben, hätte ich nicht 11.000, sondern 14.000 gehabt. Oh, ja gut. Aber ich meine, ist nicht so schlimm. Also, aber trotzdem heftig. Dann würde ich sagen, weil hier oben ist ja eigentlich nur noch Grad 4 meistens offen. Grad 3 kostet dann 1.000 oder wie? Schauen wir mal schnell, wie viel Grad 3 kostet dann sehen gebundenen Diamanten. 2.000? Alter, ich hatte ganz andere Preise. Also ich wusste, dass es Grad 4 5.000 kostet. What the hell? 2.000? Alter, was ist das? Das ist ja ultra der Scam. Das ist ja sau teuer. Wow. Das ist ja echt sau teuer. Das ist crazy. Das ist richtig crazy. Ja, von mir aus. Ich meine, irgendwann muss ich es ja machen. Wie viel habe ich jetzt noch? Jetzt soll ich noch 2.900 oder? Uff, 2.600. Oh. Habe ich mich gerade schon wieder vertan, oder was? Ja gut, dann machen wir jetzt nichts mehr. Jetzt machen wir nur noch Sternenstaub, weil ich habe keine Diamanten mehr. What the hell? Alright. Ja gut, wir sind ja gerade dabei, Steinbock zu finischen. Was ja ziemlich heftig ist. Ich würde sagen, wir machen bis 20 Millionen erstmal hier. Oh, es gibt nur 8.000? Oh mein Gott. Okay, komm nochmal, nochmal, lucky, lucky, lucky. Okay, rip. Das ist so crazy. Am Anfang war das halt mein Lieblings-Event, weil man da so einfach Kampfkraft bekommen hat und so. Ja, mittlerweile muss ich sagen, hasse ich das voll. Machen wir hier noch ein bisschen, weil hier sind noch ganz gute Prozentchancen. Bis zu unter 2%, das würde ich sagen. Also wenn es noch einmal klappt, basically. Ja, wenn, ne? Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Am Anfang war das halt sowas von mein Lieblings-Event. Ich hasse das mittlerweile. Dann machen wir hier noch ein bisschen, weil es gibt gute Kampfkraft, gute Stats. Auch wenn es jetzt nicht viel Angriff gibt, aber es ist einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Bei Waterman genau das gleiche. Gibt nicht so viel Kampfkraft, äh, gibt nicht so viel Schaden, aber es gibt einfach Over-All-Stats. Damn, ich dachte ja nicht, dass mich das Event wieder richtig viel stärker machen würde. Aber gefühlt ist das nothing. Warte mal, bei Jungfrau haben wir vorhin so viel Kampfkraft bekommen, ne? Ja. Die Jungfrau ist noch ziemlich gut. Wir haben auch noch 3% Chance. Come on. Okay. Also ich wollte schon sagen, wenn es jetzt nicht mal einmal geklappt hätte. Hier haben wir eine 25% Chance. Wir haben hier noch ein bisschen was, auch wenn es kaum was bringt. Ich will einfach noch ein bisschen Success haben. Ich will ein bisschen Fortschritt haben. Ich kann das nicht ertragen, wenn ich da 5000 Mal draufklicke und dann klappen 3 Stufen oder so. Das kann ich nicht ertragen. Aber ich meine, wir haben auf jeden Fall, ich glaube 100.000 Kampfkraft müssten wir mitgenommen haben. Aus dem Event. Und damit ist es over. Done and dusted. Okay, gibt es noch irgendwas für 30? Ja, wobei, beim Ende vom Event können wir hier noch ein bisschen was machen. Wahrscheinlich. Heavy. Aber jetzt habe ich 3,7 Millionen Kampfkraft. Als ich das Video gestartet habe, waren es glaube ich 3,5 Millionen noch. Damn. Aber es ist echt heftig. Also ich habe immer noch eine T7 Waffe und ich kann es euch nicht sagen. Also man kann es sich wirklich nicht ausdenken. Ich kriege einfach keine Armbrüste. Ich kriege keine. Ich habe schon so viele Bögen. Am Anfang habe ich Bögen nicht mal gesammelt. Erst später habe ich irgendwann damit angefangen. Da habe ich letztens erst wieder ein paar Bögen vernichtet, weil ich keinen Platz hatte. Und aus irgendeinem Grund zu faul zum Fusionieren war. Ich weiß, es hört sich echt stupider an. Jetzt wo ich es lauter ausgesprochen habe, hört sich es noch viel stupider an als in meinem Kopf gerade. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich schon Bögen vernichtet. Ich habe am Anfang Bögen gar nicht gesammelt. Die ersten 3, 4 Wochen habe ich Bögen gar nicht gesammelt. Da habe ich die immer vernichtet. Macht jetzt natürlich nicht so viel Unterschied. Das wären ein paar T3 Bögen wie vielleicht jetzt heutzutage. Aber im Endeffekt heißt es, ich habe einen T7 und einen T6 Bogen und auch eine T7 Armbrust und eine T6 Armbrust. Das heißt, ich habe gerade mal minimal mehr. Ich habe zwei T5er Armbrüste mehr als Bögen. Und das, wo ich Bögen viel später und viel nachlässiger gesammelt habe. Ich kriege einfach keine Armbrüste. Egal was ich mache. Ich habe jetzt sogar beim Schmuck richtig reingelaggt. Ich hatte letztens mal einen Tag, da habe ich drei Vierer Elanringe bekommen. Dann hatte ich einen Tag, da habe ich zwei Fünfer Demoist bekommen und so. Das ist mir bei Armbrust, ich habe glaube ich in meinem gesamten Leben in einem Spiel eine T5 Armbrust bekommen. Und das war es. Das ist halt geisteskrank. Also ich habe einfach null Glück, was das angeht. Echt heftig. Und die Waffe ist halt mit Abstand das, was den meisten Unterschied macht. Also wirklich mit gigantischem Abstand. Sehr schade das Ganze. Aber gut. Der Grind geht weiter. Klassenwechsel und weiter Questen machen wir dann in einem. Future Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Danke fürs Einschalten. Macht's kurz rein. Ciao, ciao. Und ich würde mich natürlich wie immer bei einem Like, Kommentar und einem Abo von euch freuen. Ciao, ciao.